Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Hallo zusammen. Schön, dass ihr den Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Der Martin und ich sind wieder im Europa-Park und schauen, was da so los ist. Also, schaut es euch an. Viel Spaß. Tschüss. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Heute möchte ich euch mal mitnehmen. Ich bin mal ins Hotel Santa Isabel gegangen und möchte jetzt mal nach oben gehen. Und dann schauen wir mal zusammen, was gibt es da von oben über den Europa-Park hinweg zu erhaschen. Vielleicht sehen wir da Sachen, die wir von unten im Moment gar nicht sehen. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Schauen wir, was es da alles Neues gibt. So, jetzt noch ein paar Stufen. Und dann schauen wir mal weiter. Okay. Das ist mühsam. Mühsam. Ich hätte, glaube ich, doch den Aufzug nehmen sollen. Egal. So. Ah, schaut mal. Da ist eine Türe. Nicht alarmgesichert. Eine ganz normale Türe. Schauen wir mal, ob es die aufmacht. Ob die aufgeht. Okay. Da geht's raus. Okay. Dann schauen wir mal. Oben sind wir noch nicht. Ha. Ich glaub's ja nicht. Schauen wir mal, wo ich jetzt gelandet bin. Ach, du dickes Ei. Hier ist die Schiene vom EP-Express. Au, au, au. Da würde ich sagen, gehe ich mal wieder ganz schnell raus. Das war aber eine ganz normale Tür. Ohne Schloss und ohne Alarm gesichert. Hier unten ist das Schwimmbad. Nee, das ist... Ach, das ist der Ruhebereich, glaube ich, wenn man ein bisschen spazieren geht. Aber da gehe ich mal lieber ganz schnell wieder raus. Okay. Ein kleiner Blick. Hier fährt der EP-Express entlang. Schnell, schnell wieder raus. Okay. Und dann schauen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter hoch. Schauen wir, was es da gibt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und passt auf euch auf. Und recht herzlichen Dank fürs Anschauen. Martin. Ruheben. Tschüss. Basta versate. Ver queria mal weiter. Kim. Beidee. Genau. Bosest das knowing. hacking. Kassier asses Illinging Alle Mann Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.